Hallo liebe Wanderfreunde, ihr kennt mich, ich bin Marco vom Kanal Strauchs Wanderlust. Heute gehen wir wieder eine Traumschleife und zwar den Waldsaumweg. Er hat etwa 10 Kilometer und wenn ihr wissen wollt, wie diese Tour so ist, dann kommt mit. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Vielen Dank. Das war's für heute. noch etwa zwei kilometer dann sind wir auch schon wieder am auto der erste teil der tour die war richtig genial da sind wir auf schmalen faden gelaufen so soll es sein so wünschen wir uns wanderer das daumen hoch dafür der zweite teil war nicht so schön da wir eher auf breiten weg gelaufen sind aber naja was soll es hauptsache man ist draußen in der natur in diesem sinne bedanken wir uns dass ihr wieder rein geschaut habt wenn es gefallen hat einfach einen daumen hoch und über kommentare würden wir uns natürlich auch sehr freuen also bis dann ciao es 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 Das war's für heute. Noch ein kleiner Nachtrag, der letzte Kilometer ist wieder richtig genial. Man läuft auf schmalen Pfaden. So soll das sein. 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 Daumen hoch dafür. Der zweite Teil war leider nicht so schön. Eher auf breitem Weg. Naja, Hauptsache man ist draußen in der Natur. In diesem Sinne wünschen wir euch noch etwa 2 Kilometer, dann sind wir auch schon wieder am Auto. So, die Tour.